hier steht es das fox 2 meter 40 unser mit abstand meist verkauftes boot in der vergangenheit das 2 meter 40 hatte vorab lattenrostboden zum einrollen nach vielen gesprächen nach vielen anfragen war klar ihr wollt genau wie ich auch genau wie viele andere auch ein airdeck einen stärkeren boden zum aufblasen leicht mit motorisierung stark nutzbar gut nutzbar das haben wir gemacht das neue boot das neue fox 2 meter 40 hatten erdeck es ist wesentlich breiter im innenraum 86 zentimeter über zehn zentimeter breiter geworden es ist ein meter 72 in der länge innen also wesentlich länger ihr seht wir haben die zapfen hinten gekürzt dadurch den spiegel nach hinten gerutscht ermöglicht uns diesen längeren innenraum das weitere auch hier sieht man schön die nase ist schön nach oben gehoben auch hier unsere boote waren immer bekannt für sehr sehr gutes navigieren durch den tiefen kiel und auch durch die breite jetzt haben wir das boot noch breiter gemacht und unsere spezielle nase oder unsere nase noch mal angehoben und dadurch hast du durch den tiefen kiel in verbindung mit der nase die angehoben ist noch eine viel bessere bessere navigation auf dem wasser also man man ist praktisch und mehr routen stabil man fährt besser geradeaus im wind seitenwind oder auch bei wellen wellen das richtige schlagwort denn auch durch die angehobene nase fährt man viel viel einfacher durch wellen die am entgegen kommen wenn man zum beispiel drin sitzt und rudert ja wir haben alle griff an ordnung geändert so dass man das boot auf beiden seiten wunderbar anheben kann und es ganz stabil balanciert tragen kann zu zweit wir haben die griff an ordnung hier hinten verändert normalerweise läuft die waagrecht bei allen booten die am markt erhältlich sind wir haben die griffe mit absicht in diese position gebracht denn jetzt hat man als angler die möglichkeit im wind im sturm oder auch so einfach sein kechernetz hier unten drunter zu spannen vorne drüber zu legen mit den vorderen zwei griffen mit einem expander festmachen und euer netz ist im sturm immer 100 prozent sicher und ihr könnt es bei einem bis einfach nach hinten raus ziehen expander lösen und könnt den fisch wunderbar kechern auch hier haben wir eingebracht eingebracht die neuen überdruckventile zur sicherheit dass euer boot immer den perfekten druck hat zur information immer erst den vorderen ring aufpumpen dann die zwei hinteren ringe aufpumpen und dann greift das überdruckventil perfekt kleinigkeiten verändert viele viele details verändert wie zum beispiel spezielle klebestellen hier oben aufgebracht dass kein wasser mehr eindringen kann in die verklebung zwischen holz und kunststoff die sliding rails geändert ihr seht es hier geöffnet so dass man ich setze mich mal kurz rein hier sitzen kann im wellengang fahren kann und die wellen hier drüber spritzen aber nicht durch die sliding rail mir komplett an die hose laufen sondern hier ins boot rein und ich sitze im trockenen ganz entscheidender vorteil ist auch durch die geöffnete sliding rail einfach wesentlich einfacher zu montieren und zu verändern die sitzbank ihr könnt sie einmal hier vorne haben für verschiedene größen personengrößen oder ihr könnt sie hier hinten haben wenn ihr zum beispiel hier sitzt habt den e-motor euer echolot hier montiert die batterien unter der sitzbank und habt das ganze freie boot vor euch möglicherweise paddelpositionen sind wie folgt geändert ihr seht es im im ruhenden modus sagen wir einfach mal kann das paddel so eingeklippt werden oder auch zum transport und möchtet ihr das boot einsatz ufer haben dreht jetzt einfach um klippt so ein das paddel ist perfekt so wie man es gewohnt ist man nimmt es und rudert los zeigen wir gleich noch mal auch hier eine aluminium sitzbank eingebaut auch hier sicherheitsvorkehrung oder sicherheitsbeschriftung an den ventilen ja das airdeck verstärkt mit einem aluminium boden ein tiefer kiel wie anfangs schon erwähnt und zwei ganz besonderheiten kommt mal her guckt euch die mal an denn da haben wir uns was besonders einfallen lassen und zwar hier unten seht ihr es die fox multibar die multibar ist ein l profil das dazu dient den boden unten zu halten im aufgebauten zustand des bootes bei dem 240er gibt es nur ein airdeckboden der mitgeliefert wird aber ihr habt optional die möglichkeit bei einem 290er boot oder bei einem 320er zu wählen möchtet ihr ein airdeck oder möchtet ihr ein aluminium boden und ihr könnt jeweils diese böden mit nur dieser einen multibar bedienen das heißt ihr könnt euch nachträglich zum beispiel wenn ihr euch für ein boot mit airdeck entscheidet ein großes oder ein boot mit aluminium boden entscheidet könnt ihr nachträglich wahlweise den einen oder anderen boden dazu bestellen oder nachbestellen und ihr könnt es mit eurem boot fahren also das ist die fox multibar ein eigens kreiertes l profil mit fox logo hier drauf gibt es nur bei uns an unserem boden genau auch wie zum beispiel unsere sicherheitsplatten für das echolot auch hier aus kunststoff auf beiden seiten des spiegels dass wenn ihr die echolot halterung hier anbringt diese halterung euch nicht das holz zerkratzt und dadurch wasser eindringen kann auch dafür haben wir gesorgt dass das behoben ist das ist jetzt unser fox 240 in unserem grün design und natürlich könnt ihr auch das fox 240 in unserem patentierten kamo design erhalten je nach wunsch können durch das völlig frei zusammenstellen zeige ich euch mal gerade die unterseite denn auch hier haben wir veränderungen vorgenommen ihr seht das schon wir haben jetzt hier eine viel viel breitere sicherheitsauflage diesen gummi diesen gummi schoner sozusagen auf beiden ringen angebracht und auch komplett von vorne bis relativ weit durchgezogen an allen stellen wo das boot normalerweise im uferbereich auf liegt und eventuell schaden davon tragen könnte hierdurch passiert nichts mehr motorisierbar ist das boot bis 4 ps ein gesamtgewicht von 35 kilo das war unser fox 2 meter 40